Dieses Video war eigentlich gar nicht für meinen zweiten Account gedacht, aber da mein erster Account einfach gesperrt wurde, poste ich das Ganze jetzt einfach hier und hoffe, dass wir trotzdem irgendjemanden sehen und interessieren. Auf jeden Fall habe ich versucht, meine Familie etwas zu kochen, weil sie relativ beschäftigt war, beziehungsweise meine Eltern haben halt meine Schwester abgeholt, deswegen konnten sie nicht. Und zuerst wollten sie was bestellen, dann habe ich so gesagt, ich bin so eine gute Tochter, ich koche denen einfach was, das war ironisch gerade gemeint. Ihr müsst wissen, ich kann eigentlich absolut nicht kochen, deswegen war ich sehr stolz darauf, dass ich das irgendwie hinbekommen habe. Das war tatsächlich auch ein TikTok-Rezept, was ich irgendwo gefunden habe. Und das Problem bei diesen ganzen TikTok-Rezepten ist nur, dass da nie Angaben sind, wie viel man von was braucht. Deswegen habe ich einfach von allem so reingeschüttet, wie ich dachte. Und am Ende hat es wirklich gut geschmeckt. Es hat absolut nicht so geschmeckt, wie es irgendwie aussieht oder wie ich dachte, aber es hat trotzdem lecker geschmeckt. Keine Ahnung, ob ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall würde ich mich wirklich super freuen, wenn ihr mich auch auf diesen Account unterstützen würdet.